hallo und herzlich willkommen bei faul und reich ihr habt mit öffentlichen mitteln zu tun ihr arbeitet bei einer behörde oder bei einer einrichtung die aus öffentlichen mitteln finanziert wird oder bei einem unternehmen das öffentliche aufträge übernimmt ihr habt schon praktische erfahrungen mit öffentlichen finanzen aber ihr sucht noch den roten faden euch soll keiner mehr ein x für ein u vormachen können wenn es ums geld geht ihr seid bei eurem arbeitgeber verantwortlich für die fortbildung im bereich haushalt und finanzen und ihr findet einfach nicht das was eure beschäftigten brauchen dann sind wir bei euch richtig für euch sind viele der finanz fachbegriffe noch neuland manche verfahrens abläufe kommen euch seltsam vor ihr wollt euch aus eigeninitiative qualifizieren um finanzaufgaben in zukunft meistern zu können ihr seid im studium oder in der ausbildung für die öffentliche verwaltung und bei den öffentlichen finanzen ist der groschen bis jetzt noch nicht gefallen ihr wollt eure beschäftigten bestmöglich auf finanzaufgaben vorbereiten kostensparen und prozesse vereinfachen dann seid ihr bei uns richtig ich bin bernd züll und mit verfasser des standard lehrbuchs öffentliche finanzwirtschaft seit über zehn jahren halte ich fortbildungen für beschäftigte in behörden bei öffentlichen unternehmen und bei einrichtungen die mit öffentlichem geld arbeiten mit guter laune und leicht verständlich und vor allem mit tollen ergebnissen für alle beteiligten fortbildungsangebote zu öffentlichen haushalten zu öffentlichen aufträgen und zur öffentlichen buchführung die gibt es zwar aber die sind selten unbezahlbar teuer und längst nicht für alle zugänglich und das ändern wir mit faul und reich schaut in unser fortbildungsprogramm sucht euch das für euch passende angebot aus direkt über unsere angebotsseite eine buchungsanfrage schicken und dann legen wir los unsere veranstaltung gibt es alle online direkt zu euch nach hause oder in euer büro zu verlässlichen familienfreundlichen zeiten direkt anwendbar und praxisnah mit sofortiger lernerfolgskontrolle und nachhaltigen aha erlebnissen für den beruflichen alltag ihr seid bei uns richtig ihr braucht eine veranstaltung genau für eure dienststelle spezifische finanzfortbildungskonzepte fortbildungsmedien oder qualifizierungsprogramme e-learning module oder inhalte praxisworkshops wir sind bei euch richtig zu unseren qualifizierten online schulungen gibt es die teilnahmebescheinigung material und medien zum transfer des gelernten in die praxis lernerfolgskontrollen und übungsaufgaben unsere lernvideos und unsere arbeitshilfen für den beruflichen alltag gleich mit dazu und das alles ohne zusätzliche kosten unser veranstaltungsstart im jahr 2022 beinhaltet basics bundeshaushalt das grundlagenseminar für beschäftigte bei behörden oder die dies werden wollen basics für zuwendungsempfänger und privatunternehmen das einstiegsseminar für auftragnehmer oder fördernehmer von öffentlichen mitteln klausurtraining finanzverfassung und haushaltsrecht für studierende an verwaltungshochschulen die sich optimal auf ihre prüfungen vorbereiten wollen basics bewirtschaftung und haushaltsvollzug das aufbauseminar für die die verantwortung für öffentliche mittel haben beauftragte für den haushalt budgetverantwortliche und bewirtschaft da basics jahresabschluss und rechnungslegung das aufbauseminar für die die am ende des jahres am abschluss der bücher und an der erstellung von rechenschaftsberichten beteiligt sind basics kassen und zahlstellenverwaltung unser aufbauseminar für die die in behörden bücher führen und geld verwalten für den öffentlichen dienst für die private hand für gemeinnützige einrichtungen und vereine für parteien und politik schaffende weil es um unser aller geld geht weil plötzlich dinge einfach sind die vorher kompliziert und abschreckend ausgesehen haben weil das thema öffentliche finanzen nicht trocken und langweilig sein muss weil ihr mit dem nötigen fachwissen richtig was bewegen und richtig was werden könnt also fortbildungsprogramm aufrufen euren termin aussuchen und dann legen wir los in 2022 zu unserer betriebsaufnahme mit super günstigen startangeboten wenn ihr den promocode faul und reich 2022 in eurer buchungsanfrage benutzt oder den link in unserer video beschreibung teilnahme bescheinigung lernmaterial videos und übungsaufgaben inklusive und wann legen wir gemeinsam los bei faul und reich packen was an